Bubbles oder was? Nochmal einer, 110 Einer down Oh shit, ich hab nen guten Hit kassiert Down Ich renn Kapital ist fort Nice one Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite CS GO Ja Leute, ihr habt richtig gehört, wir spielen heute Fortnite, aber nicht auf der normalen Fortnite Map, sondern hat Markus und Kevin hier eine wunderschöne Call of Duty Map gebaut Und zwar das Call of Duty 2 Oh, nicht Call of Duty, sondern Counter Strike Map, natürlich Leute, ihr wisst Bescheid Einer ist am Tor Und auf jeden Fall Zocken wir jetzt ein bisschen Gegen Das Team Fix auf dieser Counter Strike Map Oh, du blockst mich Zusammen mit Kevin, Markus und aka Schmonas Was geht ab Schmonas? Äh, nicht viel Okay Leute, ich geh mal ganz kurz zum Team Fix rüber und rede mit dem Hallo, ihr kleinen Mannsöhne Na? Echt? Tja, das ist natürlich Handicap Absicht, ne? Dass ihr verliert Das ist Asitz Ich wünsch euch viel Glück, Jungs Bis gleich Ich zeig euch alle Muah Hey Okay Leute, wenn ihr es feiert, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da Und ich weiß nicht genau, ob man die Map teilen kann, aber ich werde es bestimmt mal in Streams und so spielen Jetzt wenn ihr mal mit uns zocken wollt, seid aktiv in den Streams auf Twitch und Markus ist ready noch mehr Maps zu bauen Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wo das Team Fix ist, ich geh über kurz, okay? Ja Wir laufen bestimmt einmal im Kreis Ja, ja, die sind Ja Sind überlangt Double Doors, ja Alle Einer down? Can I down? Ah shit Alles low Wieviel Kills habt ihr schon? Boah, ihr habt schon... Wir haben alle zwei, oder? Hör, die Kills barken mega rum Äh Lull Mir werden gar keine Kills angezeigt, aber ich hab zwei 2, 3, 2, 3, ne? Ah Wir sind ja eher am Ende Die sind... Immer noch lange, oder? Richtig nice, Alter Wie ist einfach so ein... Ding, weil mal da hinten Meine Kaut, dass Crack Map drin ist Schränkt euch an Einer ist richtig low Leider kann man keine Bombe legen, ey Ja, das wär halt noch Leider Dann müssen wir uns was überlegen Ich bin kurz... Die kommen überlang Richtung... Ist... One-Shot Weihnachtsmann? Ist One-Shot Spawn unten sind welche? Alle, alle da Ja Einer down? Nice Kält den oben, kält den oben Oh mein Gott Ich hab keinen Hit getroffen, Alter Das gibt es nicht Holt er mich da weg, ey Wir müssen die zerstören, ne? Ja, Mann Wir dürfen nicht gegen Team Fix Clan verlieren Gegen die Lappen, ey Richtig nicht Klau dir meinen Namen, Alter Wir beschmutzen dir meinen Namen mit ihrem Clan, Alter Gommi ist low Team Fix muss was mit Skill zu tun haben Ah, Shit Ich bin tot Ja, sorry, sie hat mich geholt Die sind alle da Ich glaube, ich muss mir auf jeden Fall auch eine B anstecken Auf lang ist noch einer, könnt ihr den von hinten holen? Ich lauf durch, ich lauf durch über kurz Aber ich seh niemanden Wir spielen übrigens 10 Minuten, wer am meisten Kills macht Auf kurz sind welche oben Habe down Unten ist einer Down Nice Lauf einer Down Oh mega, Spawn Trap Aber wir müssen aufpassen, die haben Spawn Schutz Kann sein, dass sie nicht sterben Kann sein, dass sie nicht sterben Das rote Kätzchen ist low Ah, Fuck Die kommen zwei kurz, zwei lang Die teilen sich voll auf Wollen wir zu viert lang pushen? Ah, ihr seid schon da vorne Puscht ihr lang Puscht ihr lang Wir lenken die vom Meter Ich puscht solo lang Ich bin hinter dir Er wartet auf uns Megahits Megahits Richtig low Noch einer da bei mir Oh, richtig low Oh, man Shit, dass er mich bekommen hat Zeusi Geh, geh, ey Da ist noch einer low Aber wir haben gut Kills Ich glaub wir sind auf jeden Fall in Führung Gomi ist tot Sehr schön Eine Ich geh über B mal Und versuch vielleicht Wir können das nicht verlieren Andere Seite von Spawn Wir dürfen das nicht verlieren Jonas Alter Wenn wir das verlieren Dann sind wir die größten Magensöhne des Planeten Alter Wir können nicht verlieren Weil sie mehr sind Das heißt die müssen sich die Kills teilen Nein, nein, wir sind vier Und die sind vier Achso, wir auch vier Ja, wir sind vier Nice Hit Pass auf Das ist nicht mal anstrengend Da auf den Spawn zu kommen Ja, Mann, halt echt so Richtig feiner Spawn-Track Ja, komm nachher Hubdown Oh, ein bisschen zu dritt Nice Jonas, let's go Die Arme, die werden richtig zerrissen Ey, was ist da denn los Oh, der Spawn-Schutz Ohne Spaß Ihr könnt euch in den Kommentaren Als Squad bewerben Um gegen mich zu spielen Mit meinem Team hier Ich würd sagen, wir vergeben immer eine Wildcard Kevin, Markus, ich Ja Plus eine Wildcard Heute ist LK Jonach am Start Bester Mod EO West Natürlich mit meinen anderen Mods zusammen, ne Eheh, heh, heh, heh Aho Ihrer Sports Team E-Mail Die Armen, Alter Schau mal, die kommen nicht mal raus Das ist ein mega Spawn-Trap gerade Oh, ich bin down Ich hab die richtig gut hinten gelanden Richtig nice Ich geh aber kurz gleich Drei Minuten Drei Minuten Drei Minuten Äh, 50 noch Easy Wenn ihr meint, ihr könnt uns zerstören Kommt ran, Boys Zwei sind in Keine Ahnung In den Tunnel da Pass auf, die Piken Safe Ja, ja Richtig guter Hit Oh, Mann, ey Ich merke das so gefokust, ey Was ist los mit dem? Scheiß Dinsen, ey Gommi, die Rande, ey Trifft aber auch alles Gommi hat das Spiel seines Lebens, Mann Ich laufe über B Sind die noch unten? Wir haben alle neun Kills Ich hab sieben Ich hab sieben Ich hab zehn Boah, die sind alle neun Alle Doubles, oder was? Noch mal einer 110 Einer down Oh shit, ich hab einen guten Hit kassiert Down Ich geh doch zurück Ich renn Ich hab ich alles fort Nice one Eher Oh, geh nicht da rein, Jonas Die haben einen Spawnschutz Oh Pass auf, die kriegen ich kein Dämlich Ich geh über lang Oh, nice Oh, nice Ich hab richtig Cap-Position, Alter Oh, Jannik, Alter Wollte spawnen Oh, wie fad, ey Oh, nice Can I down? Oh, haha Ich hab sie alle bei Double Dust gewinnt Gebetet, ey Ich hab elf Kills Top neun Ich hab zehn Let's go, der Hase Die Armen haben keine Chance, ey Was ist los mit denen? Haben die nicht CSGO gespielt, oder was? Oh Gott Da haben sie mich Einer tipp Komm, peek Nice one Ich spring rein Was soll, der Geist Oh, shit Ey, Junge Wie lang ist der Spawnschutz, bitte? Der ist lang Du darfst nicht in Spawn reingehen Sonst bist du am Arsch, ey Ja, das ist halt richtig RIP, ey Du musst da wegbleiben Das Ich hab denen ein halbes Magazin reingeschossen können Aber die sind hier im Nachteil gerade Oh, fuck Nein Wir dürfen da nicht so rein Lass alle über B gehen, komm Ja, okay Lass auf Spawn sammeln und über B sneaken Lass ein bisschen Wir sind eh in Führung, weißt du Einweber Classic Lass die noch ein bisschen trollen Sicher Komm Jonas hier rüber Ja, safe, Alter Der Kirche war nur mit unserem Namen Egal, egal Ja Oh, dann wollen wir auch über Tunnel Erstmal einen, lass über B Wir müssen was snipen Kommen Klos ist da noch Kommen die über B Okay, die Die kommen zu uns Wir müssen uns was einfallen lassen Mit Bombe legen, ey Ja, Mann Einer ist gespawnt Pass auf, Markus Der ist laut, der Gommi Gommi ist richtig laut Das ist Assi, denn wir beide hier sind Das ist Assi, denn wir beide hier sind Ja, Mann Dass die nicht über A rausgehen, ne? Ja, ne, komm mit Lass sie kommen, lass sie kommen Seid ihr unten? Kannst du das? Ne, wie ist denn der? Forsporn Richtung D Einer ist low Wir haben Angst Wir haben Angst gegen uns Komm, push Nein! Nicht der Vollklick kassiert Oh, schade Oh mein Gott Einer low Es fuckt einfach richtig, Mann Das ist echt geil Oh mein Gott, wir haben auch 10 Sekunden So geil Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, welche Map wir bauen sollen Aus welchem Spiel Ich habe mir überlegt, einfach mal Nuketown vielleicht nachzubauen Aus Call of Duty Ich glaube, das wäre richtig heftig Hat sogar schon mal jemand gewagt Die haben mehr Was? 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 Deine haben nicht gekriegt Hä? Lol Ich habe 15 Kills Wir haben mehr Wir haben mehr 57 Okay, 57 gegen 51 57 gegen 51 Holy moly GG Ich gehe mal kurz hochzureden Jaaa GG Meine Kills haben nicht gezählt, ne? Wir haben 57 insgesamt Jaaa Jaaa Doch, Mann, das stand 0-0 Ja, ja, ja Jaaa Ihr seht's eben Ich und Zwin, wir konnten die ganze Zeit nicht springen Ich kann immer noch nicht springen Oh, ihr Armen Das tut mir aber leid Wollt ihr jemanden grüßen? Okay, tschüssi Brut Nice Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Falls ihr noch nicht abonniert habt, werdet Teil des Teamfix Guckt den Abonnieren-Button Supporte mich als Creator und Schreibt mal ein fettes Sack an Kevin und Markus in die Kommentare Dass sie hier die gute schöne Map für uns gebaut haben Und dann werden wir vielleicht auch mal davon streamen Wird sein, bis zum nächsten Mal Das ist immer Motivation, Markus Ja 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 Säge Ja Ja Tschüssi Ja 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 Tschüssi Tschüssi Vielen Dank.